Mit dem Lastenrad durch Fürth und das ganz bequem mit elektronischer Unterstützung, das ist ab jetzt in der Kleeblattstadt möglich. Denn die Infra Fürth erweitert ihr Angebot um zwei E-Lastenräder. Bis zu drei Tage lang kann das Gefährt über den Buchungskalender auf der Homepage der Infra ausgeliehen und kostenlos im entsprechenden Fahrradladen abgeholt werden. Dort geben Fachleute dann eine ausführliche Einweisung.